Nur normale Kaufverträge abschließen. Wie schreiben die das? Ja, man, Bürokraten-Deutsch, kennst du doch. Ich meine, ich... Also, davon dir weiß ich das sowieso und deswegen tichte ich damit rein. Wir beide haben damit jetzt auch kein Problem, ne? Aber es gibt genug Leute, weißt du? Die sich zum Beispiel Infos besorgen müssen und das einfach, weil Leute, keine Ahnung, warum auch immer, diese dreckige Bürokraten-Deutsch verwenden müssen, ne? Also völlig... Warum schreiben die es nicht auf einfach Deutsch, dass das jeder versteht, so, weißt du? Oh, Schach. Ich glaube, ich hätte direkt einmal zu langen sollen. Ist das schon eine komplette Runde gerannt, oder was? Naja, scheiß auf den. Oh, da ist noch einer. Schade. Ja, das wäre echt ein nice Jumpscare, glaube ich. So, vielleicht ist er hier. Schade. Mensch, ich habe doch hier einen gesehen, sag mal. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt mich lange mit dem zu beschäftigen. lieber zum nächsten Gen und bringe mich erstmal das Erste auf Diabolik 2 und dann kann man schon mal was anfangen. So, da sitzen wir. Ey, lauf nicht weg! Lass mich ein bisschen stalken. Scheiße, noch mal, ey. Hat schön seine Mails schon mal alarmiert. Achtung, Michael. So, hier sitzt jemand. Da saß jemand dran. Die latscht hier sowieso noch irgendwo rum, das weiß ich. Aber wenn ich jetzt... muss ich lieber auf einen anderen gehen, der nicht weiß, wo ich gerade bin. Ah. Das wird, glaube ich, nach hinten gehen, das Spiel. Oh, prinzipiell müsste ich mich eigentlich irgendwo hinstellen, wo ich von oben runtergucken kann und jemand am Jacken sitzt. Rein prinzipiell. Junge, die lassen mich auch null stalken, ne? Das ist Wahnsinn. So, jetzt bin ich wenigstens auf zwei. Das wird nix, das Game. Das wird nix. Und dieser ewige Run jetzt in diesem Haus, ey. Weil man als Killer auch zehn Minuten braucht, um auf Bloodlust zu kommen, ey. Das ist krank. Das ist einfach krank. Also das Spiel geht tüchtig in die Hose. Ah, ich glaube, ich sollte lieber... Benz achten. Sprintboost. Nein, ich bin das Spiel, glaube ich, von vornherein falsch angegangen. Beziehungsweise, ja, ist ne SWF, ne? Ist ne SWF und... Wir haben es schon gesagt. Achtung, Leute. Meyers. Und spielen dementsprechend. Ah, das wird so nix bringen. Ja, ist doch ne SWF. Das Spiel hat jetzt schon keinen Sinn mehr. Hat jetzt schon keinen Sinn mehr. Das wird nix. Ich müsste campen. Die Leute, die hier kommen, stalken. Und dann, wenn sie einen runternehmen wollen, muss ich klatschen. Dass ich so irgendwie noch auf dem Safe-Pib komme. Mehr kriege ich aus dem Game nicht mehr raus. Fakt. Das sind doch Leute... Ja, ich hab's mir schon gedacht. Das sind Zweit-Accounts. Die Stundenanzahl war so gering. Das war schon abzusehen, dass das passiert. So, aber Nötenschelle regelt jetzt erstmal. Da gibt's erstmal jetzt nen Klatscher. Mindestens hole ich mir einen. Du ahnst noch nicht, was dir geschieht, du. Die haben Nöt deaktiviert! Die haben alle Totems zerstört! Ah, ja. Ja, SWF. Aber was für eine. Wenn ich den einen zumindest an Haken bekomme, bringt's das Spiel vielleicht irgendwie noch ein bisschen wieder ins Rollen. Wow. Ernst? Ne, das ist ein Shit-Game. Cutlass 1. Wenn da keine Palette kommt. Ja! 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 Ah! Erfolg auf voller Linie, ey. Ja, das wird nichts mehr. Ne. Das war's. Das war wirklich mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich jemals hatte als Killer. Ja, zwei Minuten haben sie. Wenn sie nicht rausgehen, diskonnekte ich. Ich geb mir diese Spielerei nicht. Ich bin schnell. Ist gut. Schmachvolle Niederlage. Wenn du überlegst, mir hat nur noch ein Spiel zum Rang 1 gefehlt. Ne, und jetzt sowas. Ich mach das wieder so, wie ich es vorhin hatte. Also. Nur in dem Falle mach ich es anders. Ich...